ein herzliches willkommen zurück so ja wir sind heute mal auf tour wir haben einiges vor und zwar wir wollen metall holen wir wollen stein holen und alles was uns noch an ressourcen unterwegs über den weg laufen tut ja ein grund dafür ist dass wir natürlich stein brauchen wir haben nicht mehr viel stein in der basis dadurch dass wir die zwei türme in der letzten fall also den zweiten turm in der letzten folge und den die folge davor den ersten turm schon gebaut haben wir haben auch nicht mehr so viel metall in der basis also auch da bräuchten wir was ja wir bräuchten jetzt eigentlich demnächst mehr ressourcen als alles andere also wir brauchen metall stein das holen wir jetzt dann brauchen wir eigentlich obsidian wir brauchen noch silizium perl wir brauchen noch elektrik wir brauchen noch schwarze pellen ja wir brauchen einiges wie man sicherlich hört ja deswegen werden wir uns jetzt auf den weg machen ich habe jetzt einmal meine axt repariert weil die ist mir kaputt gegangen als ich schon mal auf dem weg war eigentlich richtung metall und so ja und jetzt versuchen wir es einfach noch mal in der hoffnung dass wir es hinkriegen so ich habe mir jetzt eine map und eine ressourcen map aufgemacht wo ich ungefähr sehe wo was für ein material ist ich denke mal da wo wir metall finden finden wir auch stein ich bin mir nur nicht sicher ob wir jetzt hier richtig fliegen also wir brauchen also wir müssen jetzt hier lang fliegen wo die steine abgezeichnet sind ungefähr hier glaube ich ungefähr da ungefähr das ist der hart der baum mit dem harz richtung wo wir dann halt den harz sammler angebracht haben das heißt wir müssten hier ein bisschen weiter rein fliegen glaube ich müssen wir mal gucken ich hoffe dass wir metall finden also ich hoffe entschuldigung auch wegen mein husten also ich hoffe dass wir hier wirklich metall finden also also aber ja wenn wir auch gleich irgendwo landen müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen auf unsere dinos oder auf unser dino besser gesagt weil ich bin mir hier nicht so sicher also ich mag natürlich nicht unbedingt gerne wenn mein abenteuer stirbt weil er ist nicht ein bisschen weit dass ich ungern 19 möchte der schade der schade um unser tabi ich weiß nicht ob das eine gute idee ist jetzt hier metall vorkommen zu suchen aber gut wenn alle strenge reisen muss ich meinen arbeitars irgendwo landen und dann da ist mal so fuß und latschen aber ich hoffe nicht dass der gleich da hoch kommt solange er da bleibt wurde jetzt gerade ist ist alles gut dann mag ich auch gar nicht hingehen und angreifen sofern der mir natürlich so nahe kommt muss ich hin mal dass sie gut aus das schaut gut aus perfekt perfekt warte mal wir müssen mal so unserem avatars das ist das ist also gewicht ist gut wir haben die natürlich schon ganz gut gespielt also klar kann jetzt auch nicht unmengen transportieren aber er kann einiges transportieren und hier ist wirklich schon alleine hier unten ist schon ein reiches metall vorkommen ich glaube wenn wir das hier abgebaut haben reicht das auch erstmal dann können wir erst mal wieder zurückfliegen und noch vielleicht stein unterwegs abbauen so warte mal tal erstmal hier rein mein husten ist heute wieder schlimm aber wir lassen uns davon nicht abschrecken so jetzt haben wir 616 und nehmen wir das stück noch mit und dann fliegen wir erst mal zurück zur basis perfekt perfekt ist doch auf jeden fall schon mal reichlich metall ist zusammengekommen also insgesamt jetzt fast ja über 1000 metall was für uns noch nicht mal schlecht ist das heißt wir bringen das jetzt erstmal zurück zur basis würde ich sagen alles andere glaube ich wird es daher so schwer was wegen wir ja also es wäre schon gut wenn wir das zur basis kommt ich bringe erstmal das merken wir uns hier auf jeden fall die stelle warte mal wie markieren die uns auch auf der karte p hallo hallo okay warte mal um hier ungefähr sagen wir mal sagen wir mal ungefähr breitengrad breitengrad 48 wenn das glaube ich richtig ist ich weiß es jetzt nicht längen grad breiten 55 oder kann das hinkommen farbe metall ah nee nie nee 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 ähm ... Okay machen wir anders 55 hier oben und 48 hier. Metall. Das müsste aber hinkommen. Ja, perfekt. Dann haben wir das nämlich auch für die Zukunft markiert, dass wir hier auf jeden Fall hohes Metall vorkommen und so erwarten. Für uns ganz gut, weil wir ja hier auch Stein kriegen. Das heißt, wir können hier auch ganz gut Stein farmen. Für uns natürlich noch umso besser. Vor dem müssen wir uns ein bisschen in Acht nehmen hier. Ich wäre auch dafür, dass wir hier ein bisschen mehr Absatz fliegen. Ich muss es nämlich nicht riskieren, unbedingt. Ich bin ein bisschen mehr Absatz. Ja, wie gesagt, also, äh, Metall und Stein, ne, das sind jetzt so die, die Ressourcen für diese Folge, die wir holen werden, ähm, wir werden vielleicht nicht die ganzen, äh, ja, ich sag mal so, Schränke füllen können, ne, mit Stein, aber zumindest einiges an Ressourcen holen, ähm, weil wir es halt einfach benötigen, jetzt gerade aktuell. Und dann mal gucken, ob wir vielleicht noch in der Folge den zweiten Tum fertigstellen können, also in der Folge jetzt hier. Und dann mal gucken. So, wir fliegen einmal kurz hier rauf. Damit unser Dino auch die Möglichkeit hat, sich von der Ausdauer wieder aufzufüllen. Auf jeden Fall haben wir erstmal reichlich Metall und wir wissen auch jetzt ungefähr, wie Metall jetzt wirklich aussieht. Ich weiß es zwar, aber ich habe schon lange jetzt kein Metall geholt und ich war mir jetzt nicht so sicher, wie das jetzt in den Felsregionen aussieht. Aber, ja, wir haben es noch markiert und dementsprechend sind wir da eigentlich ganz gut dran jetzt. Natürlich müssen wir das nächste Mal, wenn wir da wieder hinfliegen, ein bisschen aufpassen auf die Raptoren-Geschichten. Aber, ja, warum nicht? Also, wir können da natürlich einiges noch erfarmen. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Zumindest sieht es metalltechnisch erstmal ganz gut aus für uns ZDF, 2020 Wie gesagt, Arc ist natürlich immer so ein Spiel, wo man auch viel Farben muss Das ist halt natürlich immer so ein bisschen umständlich, aber Es lohnt sich am Ende Es lohnt sich einfach am Ende Wenn man denn so was schönes bauen kann Und machen kann und sich viel craften kann Dann lohnt sich das am Ende wirklich eigentlich Man muss halt einfach viel, viel Geduld haben Man muss Zeit investieren, teilweise in so einem Spiel Das ist mir halt auch schon aufgefallen Gerade bei Arc Ich habe, glaube ich, jetzt noch nicht mal viel gespielt Eigentlich Und habe aber schon trotzdem über 120 Stunden irgendwie jetzt drin Insgesamt Wenn man jetzt die bisschen Zeit abrechnet, die ich auf dem Community Server damals mal Verbracht habe, das waren vielleicht 10, 15 Stunden insgesamt Also war nicht lange Kann man sagen, dass ich über 100 Stunden alleine in diese erste Staffel schon eingesteckt habe Alleine das Bauen schon Alleine das Erkunden Das bisschen, was wir schon hier haben Ähm, ja Das ist natürlich im Gegensatz zu anderen natürlich noch nicht viel Also ich kenne Leute, die haben deutlich mehr Stunden in Arc wie ich Also die haben dann schon über 1000 Stunden Aber die spielen das Spiel auch schon länger Ich habe es ja erst dieses Jahr wirklich erst richtig angefangen So Ähm Und deswegen Alleine in der kurzen Zeit, wo ich es spiele Habe ich schon halt über 100 Stunden alleine in dieser ersten Staffel verbracht Und die erste Staffel ist noch längst nicht fertig Und es gibt so viele Maps mittlerweile für Arc Ich will nicht wissen, wie viele Stunden wir noch in dem Spiel hier verbringen werden Gut, die werde ich jetzt nicht alle an einem Stück zocken Die ganzen Maps, aber So Gucken wir mal Also wir brauchen hier Auf jeden Fall noch ein, zwei, drei Drei, vier, fünf Für unteren Ähm Sechs, also ungefähr, ja Ungefähr kann man sagen Fünf für hier unten Sechs nochmal Und sechs nochmal Zwölf nochmal für oben Also insgesamt Siebsten Wände Siebsten Wände Und dann ein paar Decken So Was brauchen wir für die Wände nochmal Also Stein auf jeden Fall war, denke ich mal, drin Stroh Und Holz Holz müssen wir auch wieder farben Stroh natürlich auch Also auch da haben wir ein bisschen was zu tun Ähm Wir werden hier wirklich nicht vor Langeweile sterben Das ist auf jeden Fall nicht Wird noch relativ zeitintensiv, das Spiel Oder ist schon zeitintensiv Ja Guck 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 Das bisschen, was wir jetzt hier am Stein haben, nehmen wir erstmal mit rein und dann quarften wir erstmal. 17 hatte ich gesagt, ne? 17. Reicht gerade so. 18. 18. 19. 20. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 23. 24. 24. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. Dächern hatten wir glaube ich noch, ne? Das war nicht viel, glaube ich, aber einiges. Warte mal. Hatten wir doch keine Dächer mehr. Fundament hatten wir einmal. Mir war so, als ob wir hier Dächer. So. Fuck, krass, sagen. Mir war doch so, als wenn wir noch Dächer haben. So, dann gucken wir mal. Das werden wir hier mal reintun. Zack. 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 So, dann haben wir das zumindest schon mal. Die Dächer hier. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hmm. So, jetzt müssen wir mal gucken. Die Leute. Weil wir müssen ja auch auf das Dach irgendwie kommen, ne? So, unser Steuengeländer. Ist natürlich nicht so perfekt gebaut jetzt, ne? Also, man sieht natürlich irgendwo hier leichte Sachen, also leichte, ja, wie soll ich sagen? Leichte Löcher, aber es muss ja auch nicht hundertprozentig perfekt sein. Also, oben müssen wir noch die Steingeländer bauen. Das heißt, dafür brauchen wir auf jeden Fall noch Stein. Stein haben wir eigentlich gar nicht mehr. Außer halt die zehn Stück, die ich hier hab. Stroh werden wir auch erstmal hier mit rein tun. Vielen Dank. So, warte mal. Hier kriegen wir mehr Stein raus dann, bei der Hacke. So, gehen wir hier mal weiter schnell fahren. So, gehen wir hier. So, warte mal. So, ein bisschen Platz haben wir noch. Also, wir farmen jetzt ruhig den ganzen Dino voll. So, warte mal. 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 Wie sieht's aus mit unserem Dino? Vom Gewicht her. So, warte mal. 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 So. So. Warte mal. Warte mal. So. So, genau. So machen wir das. Wir können hier noch eins dran setzen, glaube ich. Das hatten wir, glaube ich, bei dem anderen auch gemacht. Genau. So. So. So haben wir den zweiten Turm fertig. So. 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 Genau. Jetzt haben wir den zweiten Turm fertig. Das ist schon mal ganz gut für uns. Ähm, sprich, wir gehen jetzt nochmal steinfarben und sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Aber, wie gesagt, ich werde jetzt erstmal ein bisschen steinfarben. Das heißt, bis zur nächsten Folge aufgenommen wird, dauert's halt noch ein bisschen. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Reinschalten. Wir haben den zweiten Turm fertig gebaut. Wir haben sehr viel Metall geholt, also über 1000 Metall, was für uns erstmal schon erstmal reicht. Wir können immer noch mal Metallfarben gehen, so ist es nicht das Problem. Aber jetzt erstmal reicht das. Und in der nächsten Folge mal gucken, ob wir dann vielleicht versuchen, noch Obsidian und Siliziumpellen und Schwarzpellen herzukriegen. Ich erkundige mich mal, wo wir genau finden. Und dann mal gucken. Vielleicht machen wir auch nochmal eine Baufolge nächstes Mal. Sprich, dass wir dann vielleicht das Gewächshaus bauen. Oder das Tiergehege für draußen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Also wir haben ja noch einiges vor. Vielleicht bauen wir auch das Baumhaus. Gucken wir mal. Also einiges ist auf jeden Fall noch geplant. Ja, dann wie gesagt, falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Däubchen und so nach oben freuen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Wenn ihr Bauideen habt, schreibt sie gerne auch in den Kommentaren. Und dann ja, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.